Peter Maffay, Bühnen aus, schwere Entscheidung aus Liebe? Peter Maffay hat angekündigt, dass er 2024 zum letzten Mal auf Tournee gehen wird. Nach vielen Jahrzehnten auf der Bühne möchte er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Peter Maffay, er geht 2024 ein letztes Mal auf Tournee. Er steht seit 1964 auf der Bühne, rockt mit vollem Herzblut für sein Publikum. Manchmal wartet nach den Konzerten hinter den Kulissen auch sein größter Feen, Tochter Anouk, 5, sein kleiner Engel. Für sie und Ehefrau Hendrikje, 36, hat der beliebte Musiker und Sänger nun eine harte Entscheidung getroffen. Punkt bei einem Termin in Köln ließ Peter Maffay, 74, die Katze aus dem Sack, nächsten Sommer wird er noch einmal auf Stadion Tournee gehen, dann ist nach 55 Jahren Schluss. Ich möchte mit meinen Freunden eine Tour spielen und das wird dann die letzte sein, sagte Maffay in einem TV-Interview. Punkt es gibt kein Zurück. Ich fühle ein bisschen so etwas wie eine Befreiung, es entlastet mich. Punkt es ist eine Entscheidung für die Liebe. Ich werde nächstes Jahr 75 und mein Zeitfenster wird enger. Deshalb möchte ich mehr Zeit für Hendrikje, meine Kinder Anouk und Jaris, auch für mich, haben. Meine Familie hat absolute Priorität für mich. Wir leben recht normal und absolut bodenständig. Ich freue mich schon sehr auf diese Zukunft, verrät er der Bild. Peter Maffay, der Musik will dir dennoch weiterhin treu bleiben. Der Wahlbayer sieht, was in seinem Leben nun wirklich wichtig ist. Er liebt es, mit Anouk und Hendrikje gemeinsam Ausflüge in der Natur zu machen, die Kleine abends ins Bett zu bringen, ihr aus Mamas Kinderbüchern vorzulesen. Momente des Glücks, die für ihn unbezahlbar sind. Ich entdecke gerade, wie unfassbar zauberhaft und berührend die Entwicklung eines kleinen Kindes ist, wenn man sich auch die Zeit nimmt, sie zu verfolgen. Schwärmt er von Anouk. Zudem will sich Peter Maffay auch mehr um seine Landwirtschaft am Starnberger See kümmern. Doch der Musik will er weiterhin treu bleiben. Ganz ohne könnte ich nicht leben. Aber da gibt es noch so viel mehr, lächelt er glücklich. Dieser Artikel erschien zuerst in der Print-Ausgabe von Woche der Frau. Weitere spannende Starn-News liest du in der aktuellen Woche der Frau. Jeden Mittwoch neu am Kiosk. Peter Maffay kommt nach Unna. Fans können Musiker im Supermarkt treffen. Neben dem kleinen grünen Drachen Tabaluga hat Peter Maffay noch eine weitere Figur für Kinder geschaffen. Diese treibt ihn im November nach Unna. Dortmund. Während seinen 55 Jahren im Musik-Business hat Peter Maffay, 74, einige Fans gewinnen können. Und das nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit einem kleinen grünen Drachen namens Tabaluga. Anfang November können Fans den Musiker dann in einem Supermarkt in Nordrhein-Westfalen treffen. Peter Maffay kommt nach Unna. Fans können Musiker im Supermarkt treffen. Nach einer langen Zeit auf der Bühne verabschiedet sich Peter Maffay 2024 von seinen Fans und spielt seine letzte Tour. Mit seiner Musik erreichte der Rocksänger nicht nur die Erwachsenen, sondern sang sich auch in viele Kinderherzen. Einen großen Teil hat die Märchenfigur Tabaluga dazu beigetragen. Punkt vor ziemlich genau vier Jahrzehnten, 1983, hat Peter Maffay den kleinen, klugen, grünen Drachen Tabaluga erfunden, unter anderem zusammen mit dem Musiker Rolf Zukowski und dem Kinderbuchzeichner Helme Heine. Hierfür begab sich der Rockmusiker auf ungewöhnliches Terrain und sang Kinderlieder. Autogramme für Fans Peter Maffay widmet seiner kleinen Tochter ein eigenes Kinderbuch. Doch der Drache, der es von der Zeichentrickfigur sogar auf die Musicalbühne schaffte, bleibt nicht Maffays letztes Werk für Kinder. Mit seiner fünften und aktuellen Ehefrau Hendrikie Balsmeyer, 37, bekam der Sänger 2018 seine Tochter Anouk. Das Paar widmete ihre Tochter und dem insgesamt dritten Kind von Peter Maffay ein eigenes Kinderbuch. Und das ist der Anlass für den Rockmusiker und seine Frau nach Nordrhein-Westfalen zu kommen. Bei einer Sineerstunde an Una können klein und groß dann Maffay und seine Frau treffen und ein Autogramm abstauben. Und das ist der Anlass für den Rockmusiker.